hallo freunde und willkommen zurück zu let's play der leute die simulatur 2014 ok du hättest schneller sparen müssen ich bin heute alleine unterwegs also keiner vom team ist dabei das ist ein fuller du hast die tür zu keiner vom team ist dabei hoffentlich macht es nichts aha ja ob du die hüten alle da oben ja sehr schön vier tag ist weihnachten entschuldigung dass jetzt eine längere zeit keine videos kommen sein er bei weniger zeit kommt durch schulischen stress und so so die würde mich freuen wenn du jemand helfen könnte um leute los zu werden au ok was du willst aufhörte ist das ein klartes neigenwesen na du gehst nicht mehr ausse tschuldigung Ja, ich würde sagen, wir verbiessen uns von dort einmal. Sicher ist sicher. Und ich spiele übrigens auf der Map von High, weil sie nicht mitkriegen kann. Kielhilfe, sicher. Wo gehen wir denn hin? Keine Ahnung. C kehrt uns nicht und A kehrt uns auch nicht. Ach, ich geh zu A. Ein kurzes Weihnachten? Ja, in Kürze. Oh Gott, Panzer! Ja, genau. Warum immer mich? Weißt du was? F*** dich, Panzer. Leben, 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 Leben. Da hab ich ja auch. Geht was? Guck! Das ist hier ja. Wie geht es? Warte! Geht was, Leit? Warte! 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 Warte, Warte! Warte! da hat es bumse gemacht und da unten hucken eine menge leute warum lebt er noch es lebt dann immer aus können meine leute anlösen und tschüss aha mit so wenig leute ist ja eine selbstmordaktion aber passt schon und unsere pappers da ist einer von meinem unseren pappers ja passt er beginnt ja er bringt mir auf dem server ja an von treiben sein muss laufen sie in punkt token ist auch lustig Da Ich geh zu B Nein ich geh doch nicht zu B Wo ist der? O bei uns? Ja Oh Leben, 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 Leben Panzer Hm Vielleicht hätte ich als zu Pionier wechseln Ja Dann probieren wir uns ein Glück mal als Bio Hauptsache Squad Sichtungsbundes BAM weg mit dem Boden Braucht eh keiner Ja Das geht mir da schon wieder aufs Maul Die Viper oder wie? Na der Scharfschutz, den ich los sein will Ja ok, kann ich auch mal machen Ja Ja Da ist wieder Videos gekommen Ich hab die Skillmach wegtaste gedruckt Also kurz gesagt die Aufnahmetaste Alter habe ich gerade scheiße gefossen Ja Oh da sind alle oberen mir Eine Granat Au Ja und hinter mir Fünf wieder Ok zu sehr Dunkelblick Vier Fünf Mal was anderes her Mal was anderes her Vielleicht funktioniert es ja mit der Wenn mit nichts funktioniert, dann funktioniert am besten mit der mit der man nichts zusammenbringt nochmal Na 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 Ok Soundbugs Ja passt auch Hallo Panzer Hallo Viper Hallo Viper Guck Ich will So Ich weiß nicht Ja Das ist ja Du Du Ganz Wie ist das? Hat das? Kommt Nein Du Und ok vielleicht sollte doch lieber zu umdrehen weil die transport helle schon böse aus also auf entfernung kommen mit der gar nicht klar dann vielleicht jetzt gesehen wie sich so 30 c so herr us haben durchprobieren und wenn mit dem anderen visier Da oben ist der Sniper! Da oben ist der Sniper! Blöde Idee! Ich bin die vier Pioniere! Ich renne von den Feinden weg! Ich sehe sie nicht! Ich sehe sie nicht! Guck guck! Ich bin die vier Pioniere! Guck! Ich bin der Sniper! Wo bist du, mein Lieber? Ich würd sagen, es ist beides. Dazu so gehts einmal nix. Vielleicht krieg ich mit der M4 noch was zusammen. Squats spawnen bei mir, bravo. Ich bin gerade scheiße geschossen. Und da vorne ist ein Panzer. Ex-Panzer. Und da ist ein Anwalt gesprungen. Und der ist lebensmüde. Warte jetzt gleich oben, gleich steht da oben oben C4. Gleich steht C4 oben. Wir haben gerade kontrolliert von objektiven Charme. Wir haben gerade den Anwalt gesprungen. Ich habe das hier gesehen! Ich habe die Schiffe gesehen! Der Schiff ist in der Karte! Was? Das ist bei so einem Scheiß nach oben gehend da. jetzt bin ich sauer alter natürlich war es jetzt reden zu sie momentan mehr wegen am gameplay wo sie gerade naja 8 8 ziemlich scheiße bin wir gehen gar nicht dorthin wo uns die wenigsten leider warten mit einem visier was nicht aufleuchtet wenn es so herum rein als hätten alter war das jetzt scheiße da oben ist einer dame und cool Anstatt, dass ich Obdruck wechsle, ich auf die Sekundär. Alter, was ist mit mir? Schnulz, Schnulz. Der Jungsus. Jungs. Gegen die Mauer klatschen ist ungesund. Oje. Fuck! Panzer! Alter! Was ist los? Warum bin ich denn hier zur Pflicht als aggressiver Vorführer? So, einmal probiere ich es noch. Wenn das nicht funktioniert, dann lass ich es gut sein. Ich habe C4 mit, ich könnte theoretisch da aufwägen, denn der ist wahnsinnig in der Luft. Aber der hat es probiert. Uncool. Uncool. Alter! Da! Du gehst auch andere Waffen her. Okay, A-Moll probiere ich es noch. A-Moll noch. Boah! Jetzt vielleicht ein Folter einfach montieren drauf. Drauf, Buck, hinzulehnen. Ich gucke mir wer. Ich bin Gotzer, aber ich werde das. Kommt rein. Wenn das Ziel befindet, dann kommt das Ziel. any zur Zeit, die Ausgabe. Das Ziel stimmstirke, ich bin. Das Ziel hat mich nicht. Das Ziel ist, dann geht alles. Der52-Aber hier. Der Ziel ist neutralis. Objektiv ECHO ist neutralisierend. Oh nee, echt jetzt. Gott sei Dank, gibt's geochtsam. Boom. Alter, wisst, kennst du ja auch, wenn ich gegenseitig in die Luft umsprengen, bitte. Was zum Teifel war das jetzt? Ich hab ihn getroffen. Naja, ich will's ja langsam wieder. Jetzt macht's boom. Jetzt macht's boom. Oh Gott, Panzer. Ja. Verzweifelter Versuch, vielleicht funktioniert. Wollt er ja nicht. Wollt er ja nicht. Wollt er ja nicht. Wollt er ja nicht. Wollt er in der Nähe? Jawohl. Oh. Also. Was ist das? Was ist das? Wir neutralisieren Objektiv, bravo! Gegenart die Mitglied in Visier, sehr schön! Alter! Ich mache nicht was! Ich glaube, da unten ist keiner mehr! Die war schon mal besser drin! Alter, wir verlieren alles! Was macht unser Team eigentlich? Na, was mache ich eigentlich? Leute herumrennen, mache ich! Was macht unser Team! Wir sind in der Mitte! Wir sind in der Mitte! Hostile Missile inbound! Ich sage das wieder! Hostile Missile inbound! Objektiv Alpha ist jetzt unter Kontrolle! Objektiv Charlie ist neutralisiert! Boom! Panzer! Na ja, der hat da nicht aufgepasst! Okay! Wir haben gewonnen! Hoffentlich hat euch die Runde gefallen! Wenn ich allein unterwegs bin, ist ja nicht so lustig! Aber trotzdem wünsche ich euch noch frohe Weihnachten! Obwohl ich denke, dass dazwischen noch ein oder vielleicht zwei Videos kommen werden! Trotzdem könnt ihr euch mal meine Statistiken anschauen! Und... Tschüss Freunde!